Hallo und herzlich willkommen bei Garea, your Game Area. Im heutigen Video geht's um ein Dankeschön an dich, um unsere Sprachchats, in denen wir aktiv unterwegs sind, um unsere Mitglieder und ihre YouTube und Twitch Kanäle, um unsere sozialen Medienkanäle von Garea, your Game Area. Du darfst uns gerne abonnieren, Kommentare schreiben und einen Daumen nach oben geben. Viel Spaß beim Video. Mein Name ist Stressmanager und das sind die Garea News. Vorab eine kleine Danksagung. Als erstes möchte ich mich bei allen bedanken, die diesen Kanal unterstützen und mitwirken. Danke an dich und deine Treue. Außerdem bedanke ich mich bei allen Moderatoren, VIPs und Mitgliedern von Garea, your Game Area. Jeder von euch ist wichtig, jede einzelne Person. Danke auch an dich, dass du gerade dieses Video ansiehst. Wenn du noch kein Mitglied von uns sein solltest, dann kannst du dies gerne werden, indem du uns auf einer beliebigen Plattform beitrittst. Als Beispiel dient hier Steam. Den Link dazu gibt's in der Beschreibung des Videos. Garea, your Game Area, besitzt seit geraumer Zeit einen Teamspeak- und Discord-Server. Du darfst uns dort gerne mit deinen Freunden besuchen. Die Links mit der IP-Adresse dazu stehen in der Beschreibung. Wir freuen uns schon auf dich. Wie jede andere Gemeinschaft haben auch wir von Garea einzelne Mitglieder, die auch einen eigenen YouTube- oder Twitch-Kanal besitzen. Diese möchte ich gerne kurz vorstellen. Wenn du möchtest, kannst du diese gerne abonnieren und auch anders unterstützen, indem du ihnen einen netten Kommentar hinterlässt oder ihre Beiträge teilst und ihnen einen Daumen nach oben gibst. Danke schon im Voraus an dich. Der Seehund besitzt einen YouTube-Kanal. Hunigen besitzt einen Twitch-Kanal. Koronar besitzt einen YouTube-Kanal. Jotika besitzt einen Twitch-Kanal. Laila Tastik besitzt einen YouTube-Kanal. Maxalika besitzt einen YouTube-Kanal. Minilam besitzt einen Twitch-Kanal. Mytrox besitzt einen YouTube- und Twitch-Kanal. Sassus besitzt einen Twitch-Kanal. Stressmanager besitzt einen YouTube- und Twitch-Kanal. Thunana besitzt einen Twitch-Kanal. Twitch Force Adi besitzt einen Twitch-Kanal. Vans Korge besitzt einen YouTube- und Twitch-Kanal. Um natürlich nicht nur einzelne Mitglieder von Garea, sondern auch die Gemeinschaft direkt unterstützen zu können, kannst du uns auch gerne auf unseren sozialen Medienkanälen folgen und ein Teil davon werden. Garea, your game area, ist auf sehr vielen verschiedenen Medienplattformen vertreten. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. Falls dir dieses Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben dalassen, das Video teilen und anderweitig verbreiten oder einfach einen Kommentar dazu verfassen. Viel Spaß wünsche dir an dieser Stelle dein Stressmanager. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.